Steine oder Essen ist das Ziel. Willkommen zurück. Hallo Ren. Zurück? Oh, mit einem Haufen wollte ich sagen, aber immer kein Haufen. Ja, ich gehe mal nach Norden. Ich gehe mal nach Süden. Es wird duster. Ich glaube, wir machen das doch nicht. Wir gehen wieder nach hier in der Mitte zu den Schweinen und machen Feuerschiss. Äh, Feuer. Im Süden war ich schon. Oh Mist, ich kann kein Feuer machen. Ich habe kein Gras wieder. Alles klar. Gras suchen. Ja, ich sehe dich wieder nicht auf der Map, ne? Ja, ich komme mal wieder zu den Schweinen. Hallo, hast du mehr als das Feuer da? Da ist Gas. Steht hier nicht unser Dings noch rum? So, jetzt kann ich ein Feuer machen. Wieder mal. Wir sollten wieder zu unserer alten Stelle gehen. Warum? Da ranten zu mir ist ein paar Haseln rum. Aber wir folgen gleich den Weg mal nach unten. Du kannst nichts mehr tragen, sagt sie, die Willow. Du kannst nichts mehr tragen, sagt sie, die Willow. Ich fress hier nur Samen die ganze Zeit. Ob das so gesund ist? Tja. Mein Problem ist, ich habe jetzt noch sechs Karotten. Die möchte ich aber halt behalten. Weil damit könnte man sechs Hasen fangen. Warte mal, man kann doch die... 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 Skorren. Skorren? Die auch immer an sie heißen. Ich habe den Namen vergessen, verdammt. Die Kiefernzapfen, oder was? Oh, Zapfen, genau. Samen kann man kommen, genau. Oh, die habe ich gerade alle eingepflanzt. Toast. Ja, aber du nicht übertreibst sie dann mit dem Feuer, ne? Nein, Feuer braucht nicht da oben am Haus. Da liegen noch Samen. Ja. Ja. Haha, das tut immer rechts lieb. Ich bin jetzt fast bei... äh, äh, bei zehn gleich im Essen. Das war's bald bei mir, oder was? Oh, wirklich? Ja, dann hoffen wir mal, dass wir... mal so langsam ein Lähnchen kriegen. Oh. Oh. Das ist mir gerade aus der Hand. Ja. Hey, was wird das um mich jetzt so? Ruhe und isst. So. Meine kommt hier. Joe kommt mit. Habe ich noch Monsterfleisch? Oder kommen die schon so mit? Ja, kommt. Das Schwein, was vorhin uns gesonnen war, das kommt mit. So, wir müssen den Weg jetzt erstmal komplett durchlaufen. Es ist neu geblüht. Oh Gott. Oh Gott. Er hüpft ja. Er hüpft. Er hüpft. Er hüpft. Er hüpft. Sehen. Er rennt doch. Oh, Karotte. Oh, noch eine Karotte. Oh, da ist ein Hase. Da ist ein Hase. Da ist ein Hase. Da ist ein Hase. Kann ein bisschen dauern, bis er aus einem Frustel wieder rauskommt. Dann verschreckt man das Kaninchen. Nee, ich habe nur mit ihm geschnackt. Oh, bis das Kaninchen wieder kommt. Oh, da ist noch ein Kaninchen. Kaninchen! Ah! Oh. Aber nur eine Falle. Ich habe noch eine Falle gebaut. Und die baue ich jetzt auf das Ding hier. Oh! Ich habe einen Tootan gehört. Komm mal hier hin. Ich höre einen Tootan. Warte, ich muss kurz so ein bisschen Gras sammeln. Warum ist denn dieser komische Schattenkäfer die ganze Zeit hinter mir? Wir haben einen Käfer. Wieder Bewegungsstrahlen. Ja, jetzt hätte ich einen Glückwunsch. Sie haben das Kaninchen verscheucht. Gerne. So, wo ist die Blanke laufen? Ich sehe dich an. Ich renne jetzt ein Stück zurück, ja. Ich habe auch noch eine Falle gebaut. Ah, da ist er! Hi! Ja, ich gehe mal wieder durchs Wurmloch. Was? Du wartest jetzt gefälligst. Man rennt nicht einfach weg hier. Nein, ich muss... Oh. Ich habe gerade festgestellt, das war gar nicht unser Wurmloch. Hopp, ich komme wieder durch. Kuckuck! Ich sehe deinen Kuckuck nicht. Du bist am Arsch. Der rät wahrscheinlich wieder. Komm doch mal zum Weg. Ja, ich sammle hier gerade Feuersteine und Gras. Beeren. Ich weiß nicht, wo du bist. Dann nehme ich die Falle halt wieder mit. Weil du so ein Antipro bist. Clever. Kein Platz mehr. Oh, dein Kumpelstau. Her damit! Beeren, her damit! Biene! Nein. Nein. Kannst du ein Feuer machen? Ich muss erst mal den Weg wiederfinden. Oh, hier ist der Weg. Ich habe den Weg gefunden. Ich mache hier am Weg ein Feuer, ja? Oder wo bist du? Ich komme jetzt auch wieder zum Weg. Ich mache mal am Weg hier ein Feuer. Oh. Nee, das ist auch ein Problem. Verdammt. Ich habe keinen Platz mehr. Ich glaube, einen grünen Pelz konnte man auch messen. Ich weiß es aber nicht. Ist hier irgendwo noch ein Hasenbau oder ne? Oh! Das war nicht gut. Was ist denn? Ich bin bald dumm. Oh. Was hast du getan? Ich habe den Pilz gegessen. Ich habe jetzt auch 35. 35 hier. Was kann ich denn noch fressen? Wahrscheinlich nichts davon. Ich glaube, man konnte den Kohl dazu benutzen, dass wieder schnell Beeren schweißen. Ich habe das Gefühl, dieses Spiel wird immer lauter am Hintergrund. Ich habe den Kohl dazu gemacht. Ach jetzt verstehe ich. Was zündest du irgendwie herum hier? Was machst du denn? Alles gut. Ich habe gerade etwas festgestellt. Dass du den Wald wieder angezündet hast. Ja, genau. Das machen wir bei Willow nicht bewusst. Guck mal, wenn du dich auf das Feuer stellst, dann wird Leinieren wieder besser. Hm, nö. Ich brenne dann. Also bei mir geht es jetzt nach oben, ja, oder dass ich umzeile... Alter, warum ist das Spielen immer lauter jetzt, Mensch? Die meckern ganz schön viel. Nee, das wird von... die ganze Zeit immer lauter an, immer lauter. Ich kann gar nicht schon... Irgendwann verirrt man uns nicht mehr, ey. Es ist nur auf 1 gerade. Und trotzdem ist es ewig laut. Ja, alles gut rein. Ja, wir brauchen mal langsam Gold. Das wäre immer das Optimalste. Dann können wir ein bisschen forschen. So, weiter bitte. Wir wollen erst mal krank, wir gucken... Nein, wir gehen jetzt weiter nicht erst mal gerade gucken hier. Dabei. Ich gehst da, du hast keine Ahnung. Der Gas ist noch nicht mehr in Kraft. Super. Da ist sowas gekommen. Deinem Weg werden wir verhungern. Ja. Steine. Dann mach weg. Bienenstock. Oh, ein Bienenstock geht an Kloppen. Ja, Honig. Wo ist denn meine Axt da? Das geht doch nicht gut. Dabei. Oh Gott, dann kommen die alle weg. Oh! Mach den Bienenstock kaputt. Ja. Ach scheiße, ich hab keinen Platz mehr. Weg mit den Samen. Nein, nicht fallen lassen, du sollst es wissen. Nein. Ja, ich lauf doch mal, ne? Die sind wir noch hinter dir her, die Bienen, ja? Ja, ja. Das ist die Gange einfach. So, jetzt kommen wir ja hin. Das ist quasi die Progasen. Geh weg. Geh, du gehst jetzt an den Arm. Hm? Geh mal von der Hand. Wo ist denn meine Feuer? Was sind es denn, woher geht's wieder an, da? Willow, Kaka, zwischendurch einfach mal an Feuer. Guck mal, da brauchen wir hier, da brauchen wir ganz viele Haare. Nein, da muss da eine Karotte rein. Sonst wird das nicht gut. Steine. Vielleicht kann da ja Gold zwischen sein, aber ist das wirklich so ein Goldstein, den wir dann sehen? Nein, nein, da kann man richtig in den Steinen auch kommen. Ich lege mal deine fallende Karotte rein. Ja. Hier sind schön viele Steine gerade. Noch mehr Steine. Weg der Hasen. Oh, zwei Hasen einfach. Oh Gott, was ist das denn hier? Ein Elch, ein Getier, irgendwas. Ja, die sind nicht lieb. Die sind friendly? Ja, solange man denen nichts tut. Kann sehr mal anreifen. Er guckt ein bisschen böse. Was? Weil Hasen hat. Machst du dich um deine Kralle noch? Ich bin gerade unterwegs ein bisschen. Ich suche mal irgendwas Brauchbares. Oh, da ist Kaka. Ja. Wer hat so Menge Kaka. Nein, ich habe einen Eifel. Bist du da. Ich habe mal den Fall auch zu gebrauchen. Ich brauche auch was essen. Das geht gar nicht mehr. Ah ja, und genau diese Schatten, die man überall sieht, das waren so Halluzinationen. die du halt bekommst, wenn du so ein bisschen paranoid bist. Hm. Gut. Ach, und du siehst doch bei verbrauchbaren Utensilien, wie zum Beispiel bei dem Essen. Die sind doch grünlich in deinem Inventar. Ja. Das ist die haltbar Krante. Hm. Die Sachen können quasi verfaulen. Aber da ist nichts drin, oder? Das liegt daran, dass ich nichts zum Fressen dabei habe. Das könnte sein, oder? Ja. So, siehste, und jetzt nachts würde ich die Pfeilen auf die Dinger packen, auf die Löcher da. Weil die dann morgens rauskommen, und dann hast du die doch gefangen gleich, oder nicht? In der Zeit, wo du das präparierst, habe ich aber schon vier Kaninchen gefangen und geschlachtet. Na, guck mal, meine Pfeile hat schon eins. Du hast doch keine Ahnung. Du bist auch bei deiner Pfeile jetzt. Ja, komm mal hoch. Ich kann doch schon eine Feuergrube. Brauchen wir das? Erstmal nicht, wa? Eine Feuergrube ist halt ein festes Feuer. Nee, dann brauchen wir das noch nicht. Sondern wir noch keinen festen Platz gefunden haben. Ja, stimmt. Ach, das ist doch nicht tot. Ah, nein, das Kaninchen musste jetzt quasi umbringen. Nаются'ta sind die Wärme eine Schleeweine ausbacken? Man muss schon mit den Schnacheln machen. Ja... Was bauen. Ja... Mundumfahren Tonight Das ist gut, die Vögel versorgen einen gerade ein bisschen. Hast du dich in den Kauern? Oder meinst du jetzt von den Samen her? Ja. Na, mach doch was auf. Ach so, in jedem Knie kann ich eine Pause, aber in jedem Knie ist es kann ich. Ich höre dich bald nicht mehr. Ich finde, wir sollten hier eine Pause einlegen. Ich muss das Spiel weiter runter regeln. Es wird immer lauter hier. Also bis zum nächsten Mal. Tschöööö. War schön mit euch.